Nein, wir sind nicht auf der falschen Messe gelandet. Wir befinden uns immer noch auf der IFA in Berlin, am Stand von ZTE. Trotzdem ist das hier etwas, das ich euch nicht vorenthalten will. Das ist natürlich kein stinknormaler Ring, sondern ein Bluetooth-Ring, mein Schatz. Ja, ihr seht schon hier unten zwei Sensoren. Da habe ich beispielsweise Pulsmesser. Und selbstverständlich auch Signalisierung, verpasste Anrufe oder wenn es klingelt oder Alarm ist oder was ist. Und beispielsweise auch, wenn ich den Ring am Finger habe, eine kleine Schüttelbewegung machen. Da unten wird ein Foto aufgenommen von der Kamera. Man stelle sich das mal vor, Selfie-Stick oder irgendwie sowas. Da kann sowas durchaus schon nützlich sein. Hier drüben seht ihr die Ladestation. Da ist jetzt schon mal einer drin. Den können wir einfach hier so reinpacken, fertig, aus. Das Ding ist kabellos quasi. Klar, ich kann es hier anschließen, Micro-USB, aber hat einen eigenen kleinen Speicher drin. Akku soll für sechs Ladevorgänge reichen. Und der Ring soll mit einer Ladung über den Tag kommen. Ihr seht, Charm Ring R1. So heißt das Ding jetzt natürlich. Fragt mich bitte nicht, wann kommt es nach Deutschland, was kostet es, keine Ahnung. Ist, glaube ich, sowieso jetzt nicht unbedingt was für jedermann oder jede Frau. Naja, über Geschmack lässt sich streiten. Trotzdem eine witzige Sache, wie ich finde, was alles nicht möglich ist und vielleicht noch auf uns zukommen wird. Aber so, das soll jetzt erstmal reichen. Als erster Eindruck, für alle, die es ein bisschen näher wissen wollen, hier hinten habt ihr nochmal die Spezifikation. Ihr seht beispielsweise auch iOS 7.0 kompatibel. Kann also auch beispielsweise mit dem Handy, mit dem iPhone beispielsweise kombiniert werden. Das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Als erster Eindruck hier vom ZDE-Stand von der IFA in Berlin. Macht's gut, bis dann. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017